Herzlich Willkommen bei Leine ab und Leben. Im heutigen Video zeigen wir euch den Slalom Trick. Wenn euer Hund das Hand-Target oder das Nasen-Target aus dem Bereich Dogdance gelernt hat, ist der Trick Slalom ganz einfach zu lehren. Aber auch mit einem Goodie könnt ihr das eurem Hund problemlos beibringen. Da ich meiner Kleinen das Hand-Target bzw. Nasen-Target geleert habe, brauche ich nur noch meine Hand an die richtige Position zu bringen und sie folgt dieser zwischen meine Beine hindurch. Wenn ihr einen Klicker habt, könnt ihr dies sogleich mit Klick bestätigen. Zu Beginn sollte euer Hund etwas ängstlich sein, zwischen die Beine hindurch zu laufen, könnt ihr nach jedem Klick ein Goodie als Belohnung geben. Später dann nur noch nach mehrmaligem Durchlaufen klicken und am Ende mit Goodie belohnen. Ich wünsche euch viel Spass und Erfolg beim Üben und bis auf ein weiteres. Tschüss. Ja, ich kann es gut sein. Ja. Jawohl. Fremi fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017